Ein Ford Ranger mit Tageszulassung ist hier zum Verkauf angeboten. Der schwarze SUV ist viertürig und bietet Platz für 5 Personen. Der SUV verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie Sitzheizung, Alufelgen, elektrische Sitze, ESP, Bordcomputer und noch vieles mehr. Das 6-Gang-Automatikgetriebe überträgt eine satte Leistung von 200 PS. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 31.870 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis.